ich bin mächtiger als die lava wo ich kann in der lava gar nicht laufen merke ich durch nicht sehr weit da nicht da kann ich auch ein ja da kann ich durch du bist nicht allein kann es sein dass ich in der lava nicht laufen kann weiß ich nicht das kommt mir jedenfalls zuvor lass mich raten ich würde tippen dass hier unten vielleicht so eine statue ist stelle doch mal ohne gravity suit vor ich werde auch so kaputt machen spreche über eine paar bomben noch so fertig und weiter da nicht da rein statue ich weiß dass du hier bist die musik hat sich geändert ist jetzt das ist lower norther geil was zum habe ich jetzt zufällig den weg nach lower norther gefunden oder was scheinbar i am not amused warum ridley ridley ich wollte die scrotec holen jetzt sind wir plötzlich nach lower norther runtergefallen es wird mich weiß erwischt das sieht sehr nach wo wir noch in norther sind aber okay es geht hier doch keine und so gut wenn wir schon hier sind schrieb doch keine begrenzung mehr nein was machst du wenn ich einfach so mit dem aufgeladen treffen ich habe mich einfach nicht mehr sieht wenn ich zu einer kugel mache was trifft mich da am rücken hallo der sieht mich jetzt ehrlich nicht oder was das war nichts ausgerichten wow cbs jahren sind ganz schön kurzsichtig was so was du das zurückgespult ich habe zurückgespult das denn eine frage wieso gehst du nicht eigentlich einfach weiter das ist eine gute frage weil ich davon ausgehe dass ich da hinten gleich ach ja das ist nebenbei auch der man machen kann charge beam aufladen ja der ist mir nichts neues kann das war nicht für dich gemeint das war für die zuschauer gemeint deswegen mache ich nicht einfach weiter das war für die zuschauer gedacht denn mir wurde mal gesagt ich soll mehr von samus geheimen skills zeigen und der gehört ja dazu auch wenn ich jeden nicht wirklich so als so geheimes gilt jetzt betiteln würde aber sich nämlich so ich bin echt außerhalb seines blickfeldes da ich jetzt hier bin sehr kurzsichtig ich glaubte einfach nur den übelsten tunnel blick speichern hast du dich gesehen gab ja doch aber ich war ich weiß aber ich möchte den noch kaputt machen hier wo bekomme noch mal den plasma beamer wie die ja ja gut es wurde gesagt dass die meisten items glaube ich da sind wo sie im original sind wow episch ausgewichen wo nicht mehr was wie viel energietanks habe ich schon verloren ich hasse die die schrift damit ausgaben auch nach oben so wo geht es nach moment speichern Ich gehe hier rein, tschüss. Warum habe ich so das Gefühl, dass du hier noch nicht sein solltest? Meinst du? Ganz ehrlich, ja. Hilfe! Lass mich in Ruhe! Du auch! Ich möchte rein, ich möchte rein, ich möchte rein! Ganz zum Ernst. Sicher. Tu mir Gefallen und verpiss dich von da. Wo war der letzte Safe? Äh. Ich mach mal kurz auf dem noch ein bisschen weiter, danach kann ich vielleicht noch ein bisschen flüchten. Hilfe! Ach stimmt, ich habe meinen Reservetank noch gehabt. Wow, 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 wow! Ich bin sicher. Vorher hast. Oh Gott. Hättest du wenigstens eine der beiden Sachen, würde ich sagen, okay, geh weiter. Kann ich da durchdrehen? Ein wenigstens ist die Screw Attack oder den Plasma, die haben wir mit gar nichts. Moment. Wärst du auf ne Power oben da. Ja, aber ich komm da gar nicht hoch. Mit dem Infinite. Ja, das versuche ich gerade, in der Luft anzufangen. Geht doch. So, safe. Irgendwo hier war ne Smiley-Kugel, die mich angreifen will. Da. Smiley-Kugel, die weint. Auch weinen ist ein Smiley. Stimmt. Eigentlich voll suspekt. Ist das hier noch irgendwas? Äh. Ist mir scheißegal, ich geh mal weiter. Bitte. Bitte eine Energieaufladestation. Och. Nur ne Smiley-Kugel. Ich werd hier gleich sterben. Auch wenn hier Raketen sind. Nur zwei. Typisch auch. Jo. Ich werd gleich sterben. Jeden. Augenblick. So, dann gehen wir mal hier mit einem Space Jump ein bisschen durch. Äh. 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 Moment, da kann man auch sicher irgendwie durch. Not. Die Säure ist noch mal ne Lüge. Du hast noch genau eins. Ja, die weiß. Weiß ich sag das ja echt dir zu. Ich bin ja nicht immer dafür da, dich aufzubauen, aber du bist echt am Arsch. Dich wurde von der Smiley-Kugel getötet. Das hattest du auch noch nie. Nein. So, hier unten war der. Ja gut, von dem wurde ich schon ein paar Mal getötet. Das ist nichts Neues mehr. So, schnell hier durch. Ist hier denn nichts? Moment. Hier, links kann ich da runter, oder nicht? Ja. Hahahaha. Natürlich ist er noch so ein Viech. Ach, Smiley, lass mich doch hin. So, hier speichern wir mal. Und. Fast. So, schnell nach unten und kaputt schießen. Ach toll. So, schnell nach unten. Kannst du einfach über dir springen. Das könnte ich auch machen. Äh, an weh. Wähl das richtige an. Oh Gott, ey. Das ist der Healdrun Teil 2. Macht doch noch den Barrier-Suite aus. Moment. Fuck, dem komm ich nicht vorbei. Ich muss ihn besiegen. Da! Das ist meine Kugel. Das ist Bies, ey. So, den machen wir eben noch schnell ruhig kaputt. Der Arme. Der hat sich ja wundervoll davor geschmissen. Ich rette dich, B-. Gibt's verschiedene Aufladestufen beim Chart-Spielen? Ja, das weiß ich nicht. Das ist dann nämlich gerade so aus. Moment, kann man hier durch? Wie, oh, kann man? Was erwartet mich denn hier hinten noch? Stirb! Wie viel Raketen, bitte? Weiß, was jetzt nice wär? Eine Aufladestation. Aber ich glaube, was du eher treffen wirst, ist der Goldene Chozo. Rotsteigende Lava. Ja. Sieht also steigende Säure. Lava wäre ja nicht gefährlich. Ich komme mal schnell. Das stimmt. Hm, das wäre mit einer Powerbombe wahrscheinlich schneller erledigt. Ich möchte eigentlich nur eigentlich schauen, was da hinten bei der Powerbomben waren. Steigt da überhaupt was? Scheinbar nicht. Ach, das kommt sicher noch früh genug. Wackelt der Witz überhaupt noch? Ja, mehr als genug eigentlich. Hörst du auch das Lava-Steig-Geräusch? Ja, das ist so blablabla. Rennen! Speedbooster! Oder auch nicht. Ah, da oben. Doch, Speedbooster, hab ich ja gesagt. Okay. Dann möchte ich jetzt schauen, was hier ist. Da! Kann ich das kaputt machen? Ja. Ja. Möchtest du gern zeigen? Jetzt war die Smiley-Kugel wieder kaputt. Da kommt da nichts angesprochen. Das sieht so geheimnismäßig aus, wenn ich nur einen neuen Safe-State benutze. Endlich hat er alle Safe-States voll. Die Türgötter! Was für eine Türgötter? Was für eine Türgötter? So, ich möchte aber gerne erzählen, wie viele Schläge braucht der? Nein! Ich bin nicht da! Das ist als Ball fortbewegen. Wie viele nehmen wir jetzt eigentlich auf? Fast eine Stunde. Dann machen wir die 5. Folge noch voll und dann lässt du mich nämlich schlafen. Jetzt möchtest du dann jetzt die 4. sein, ne? Ja, wir machen grad die 4. Folge. Okay, dann machen wir die 5. noch voll. So großzügig bin ich. Stirb endlich! Der scheint dich ganz so kurzsichtig zu sein. Ja, weil ich auch mal wieder aufstehe. So. Irgendwas töte ich mich hier unten. Noch nicht? Das einzige, was dich töten wird, mein Freund, ist deine Neugier. Da! In Form eines springenden Ungetüms. Zwei. Was halten die denn aus? Drei. Drei Supermissiles. Jungs, Supermissiles bist du ja echt am Arsch. Bis zum Teufel kommt dann hier noch eine Smiley-Kugel. Ach, das sind die One-Hit-Kaos-Smiley-Kugeln. Traurigen. Also noch viel traurigeren. Ja. Ja, das sind die High-Speed-Smiley-Kugeln. Die mir nichts geben. Arschlöcher. Ja. Ich werde hier unten ist der Golder Joe so. Ich will doch mal nicht... Ja, guck mal, das sieht mich auch nicht. Dumm. Ja. Hallo, du bist auf Augenhöhe, Kugel. Was ist dein Problem? Vier... Das sieht aus, würde er tanzen. Guck mal genau hin. Night-Siever, Night-Siever. Yeah. Ich könnte sie synchronisieren. Oh yeah, was geht ab, Alter. Ich bin's Michael Jordan. Äh. Michael Crestinania. Crestor. Was geht ab, Leute? Toll. Ach, eine Supermissile. Hey, guck mal. Bin da fast wieder an dem Ding da dran. Du bewegst dich gerade Richtung Ridley. Das sieht nur so aus. Ich würde irgendwann eh einfach nur... An ihm vorbei, an ihm vorbei. Oh, geil bin ich geil. Geil bin ich geil. Wow. Hi. Ich habe ihn gerade mal, glaube ich, kurz geküsst. So nah standen wir uns gerade. Oh ja. Ähm. Ich glaube, er hängt da fest. Hilf ihm mal. Er tanzt wieder. Puh, hat mich gesehen. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Ach, einfach an ihm vorbei. Okay, ich wurde getroffen. Oh. Weg da. Rein da. Emo-Smile-Kugel. Warum gehe ich eigentlich noch weiter und bin ich wieder zurückgegangen? Ridley, 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 Ridley. Was machst du? Wieso bin ich eigentlich weitergegangen und bin nicht von Anfang an wieder zurückgekehrt? Ich habe dir gesagt. Ach, da ist noch einer. Na gut, wenigstens sieht er mich nicht unter. Wow. Warum Screw-Tech und Plasma-Beam bist du so genutzt, mein Freund? Ja. Mit Screw-Tech hättest du die alle durchrushen können. Echt? Die gehen alle mit One-Hit-Care um mit Screw-Tech? Sollten. Hallo. Deswegen hat man die ja früher auch mal als allerletztes bekommen. Hallo. Hm. 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 Hm.